Achtung! Hohen! Achtung! Bereit! Hohen! Achtung! Es ist ja mehr dabei, als einfach vielleicht eine Woche nach dem Rezept oder aus freier Hand. Mit Entnebos in Weinen und aus gemeinsamen Essen das ist mehr als nur einfach eine Art Aufnahme. Und ich vermisse auch in vielen Gesprächen zur Vorbereitung einer Hochzeit, dass auch junge Menschen etwa ein bisschen Hobby entdecken, miteinander kochen, miteinander essen und dadurch auch eine besondere Gemeinschaft zu erfahren. Das war's. 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 Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.